dann bist du verloren doch doch du brauchst diamant um da wieder rauszukommen es dauert das länger 50 sekunden oder so um es abzubauen 50 sekunden mit einem obsidian abbauen jetzt noch nichts ist dann halt bloß nicht wird sie auch noch runter wurde unten waren wir schon hier ist das sinnlose schild und da ist die kajüde recht ich werde hier gerade fast ein loch eingefallen ist natürlich schade hier ist noch ein sinnloser weg dann stellen sinnloses schild hin ich habe keine schilder mehr ich habe eins ich will aber keins ich habe auch ein sinnlosen weg reingehen da ist das schild schutzraum da wo bin ich denn alle außen umgegangen kann ich irgendwo sehen nein und warum habe ich jetzt über auf ich habe auf so mit tut der hintern weh echt wovon weil ich will es eigentlich auch nicht wissen hast du mit kai schilder popoliebe gemacht als ich weg war ja ja ab in schutzbunker ab ist ja gar nicht da bin ich schon lange nicht mehr ab ist ja gar nicht da hey das bett sieht ja bei dir voll anders aus ich hab mich in der creeper bett decke wie von wettdecke die ist geil das ist auf deutsch gepatcht ja und cool gar nicht doch nur an das creeper junkies braucht eine neue höhle und es wird langweilig dann lass doch mal wieder rausgehen und dann sowas auto 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 ich dachte mir meine schippe holen ich habe sogar noch eine die schippe das ding wie sowieso den schaufel sandkasten ja ist doch hier sandkasten stelle das entgegen oh man so langsam kenne ich die hülle in und auswendig gut ich nicht ich auch nicht hauptsache du sagst das mal das hier ich will den kies weggaben betonung liegt auf nur ehrlich gesagt ich sehe gar nichts mehr naja ich geh schon mal raus ne ok aber nicht ohne mich boah ist hier viel kies 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 das wollte ich auch gerade sagen ja schutzraum eigentlich möchte ich oder waren wir schon zombies man habe ich mich ja schon schocken ja ja so ist das dann mit den zombies mal wieder wo ja am tag warst du eine uhr ja das habe ich auch gerade eine uhr erkannt man habe ich hier noch gegraben alle nein gar nicht oh mein gott wie geil ist das denn was hast du jetzt schon wieder verbrochen in dem berg ist so ein riesengroßen loch das richtig tief reingeht es ist richtig geil ach jetzt kann ich eigentlich nein das sieht sehr nice aus hey ich habe eine neue hülle gefunden ok ich kann gleich ich weiß nicht ob es wirklich eine tiefe hülle ist aber ich höre zombies und ich sehe eisen ich ziehe dir schon wieder eisen du bist voller eisen junkie schon mal gemerkt das sagt der richtige du ich meine der der eisen findet so ein junkie bist du so ich sollte vorher die fackel holen ich muss pullern geht doch nein ich muss minecraft suchten geh doch nein kommst du jetzt ja ich muss hier noch ausbessern reingefallen ich habe zu wenig koppelsturm waren das kann nicht wahr sein hole ich mir halt das eisen ohne dich ich komme jetzt ich bin ja schon so gut wie draußen habe ich eigentlich alles mitgenommen was ich brauche naja ich wollte noch was machen sorry ist mir jetzt egal sorry tut mir leid ich glaube ich jetzt mit den zombies und dann bin ich zufrieden hier ich bin noch ein hier ist eigentlich recht hell warum spawn die hier ja hell hell junkies ich brauche jetzt erstmal eine ewigkeit wo ich hier draußen bin auch bist du auf meinem weg mhm okay dann komme ich mal zu dieser abzweigung nach oben mhm und empfange dich wir brauchen noch neues fleisch stimmt ich guck mal hier ob hier irgendwas in der Nähe ist gleich oh hier sollte ich auch noch bloß schaffen markieren Madame ich sehe sie nicht mehr ich glaube hier ging es lang oder nein du bist glaube ich falsch ich sehe dich zumindest nicht mehr bin ich bin ich bin ich muss dich auch noch abrollen boah fuck nein aber hier drüben guck mal hier guck dich mal um guck dich mal um guck dich mal um guck dich mal ja guck dich mal nach hier drüben huhu hey rechts von dir da da gehts raus ja ach du scheiße mach ich da mal hier rechts rum halt stimmt das muss ich mal machen hast du mal ein Schild nee warum ach so weiter sonst doch ich hab mich klar warte ich werf sie rüber vielleicht fällt es nicht ins Loch hey fällt ins andere Loch naja das ist jetzt nicht so tief ähm wo komm ich denn jetzt her ja ich glaub hier lang scheiße man ja hier lang eben noch ein bisschen aus geil ähm ja ähm grad probleme mit mit der Verbindung ich weiß gar nicht gerade warum hallo äh ah was war denn das jetzt das sah irgendwie so nach IP äh Reconnect aus okay ach verdammt ich hab mir ganz vergessen äh eine Steinspitzhack zu machen verdammt ich hab eine dabei stehst auf dem Block ich hab sogar noch vier dabei cool gib eine her komisch wo sind meine ganzen ich muss den Livestream kurz ne da hat sich selbst gestartet da da ja warte hängt grad hier hoppla hä 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 ey was denn jetzt hä was denn WTF ich mach nichts ja ich weiß du was das ist ja das Schlimme dass du nichts machst so ne ach fällt mir grad so auf alles gute Nacht träge ich zum Geburtstag danke he he warte Livestream stimmt noch nicht äh wo ist eigentlich ach ja stimmt das hat sich dann beendet komm schon Connection to Livestream Server mach schon die wollen doch nicht warten man ey solange das scheiß Livestream Fenster da ist kann ich nichts machen hier ja warte mal ich bin keine Ahnung ey warum ist denn das lila soll doch rot sein rot also rosa hä hä was ab jetzt erklärt mir mal bitte jetzt mal warum das rosa gerade ist was ist denn rosa ach da rechts oben keine Ahnung ja keine Ahnung ich mach jetzt mal kurz den Leichting Fenster auch wieder auf um den Chat zu verfolgen so ihr seht das natürlich nicht das ist auch gut so und ich ah jetzt ist es rot ja jetzt ist es rot so da sind wir auch wieder ne so hier Peace ich wollte eine Steinschütze benutzen ich voll Pfosten wofür denn was willst du denn machen hier ne warte ich muss sowieso nochmal kurz runter oh warum leckt das gerade das ist unnormal einmal stream abgekackt leckt das spiel plötzlich oh stream ist in meinem schuld wie immer ja klar Livestream.com so kurz still halten beruhig dich ah oh wenn das wo wirst denn du hin ja nochmal zu dem Vieh was denn für ein Vieh ja keine Ahnung zu dem Schutzraum das nenne ich nur der Dings Vieh liebevoll sag mal frischen Tampon ich glaub wir abzunehmen alle Mann ist aber verdammt laut weiter weg bis da unten hin ey sinnloses Schild ah ne wenn das so weiter leckt starte ich wirklich mein Kopf nochmal neu das wär ne Idee du hast du zufällig Stein? ah ich hab noch ein bisschen Stein ah nein ich wollte mir noch ne warum stehst du schon mit deiner Tür ne keine Ahnung ich warte bis was passiert achso oh nicht lang also der Livestream geht auf jeden Fall noch weiter ne hui da braucht ihr keine Sorgen jetzt haben dass der irgendwie zu Ende ist ich hab im Couple Stone zu viel das regt mich auf ich muss den loswerden gib mir hier oder machen da irgendwo in so ein Loch rein bam genau ich hab eigentlich grad zu viel Zeug ach ungefähr keine Ahnung bis wir keinen Bock mehr haben ganz einfach und wenn mir der Rücken nicht mehr juckt ist ich sehr interessant du ja ne ich hab komische ey da war Eisen oh siehst du mal gut dass ich das ausgegraben hab ich bin wirklich n Eisen Junkie Das war nur ein Eisen. Hier unten war Eisen, wo ich bin. Ach so. Wenn das so weiter legt, dreh ich durch. Äh! Warum ist der Sand? Was? Weil das geil ist. Ich liebe das Geräusch, wenn man auf Sand läuft. Ich hör das gar nicht. Ist alles zu leise hier. Geräusche mal hochstellen. Meine Musik ist zu laut. Das glaube ich jetzt auch. Tja, Zero, das solltest du dann noch mal üben, ne? Bestimmt irgendein Mod schuld. Ach, keine Ahnung. Boah, wenn das so weiter legt, muss ich wirklich mal neu starten. Mach doch einfach. Mach ich jetzt auch. Ist doch kein Ding. Äh, erst...